Hallo und herzlich willkommen liebe Harts und Freunde, ganz kurzes Kartenchaos, weil ich habe hier eine Spiel, das Kartenchaos Quest, und die möchte ich schnell machen. Ich gebe eine Packung als Belohnung. Die Forscherliga ist zurück. Die Forscherliga ist über den ganzen Globus verstreut, begleitet Elise auf ihrer Mission, die Liga zu finden und wieder zu vereinen. Alles klar. Herausforderung 1 von Wöhnung. Aha. Cool. Okay. Hm. Elise! Beginnen wir mit dem Unterricht. Oh, Hallöchen. Ihr da. Warum schleicht ihr hier herum, Schlange? Das war leicht nicht lieber als ihr. Was sollt ihr jagen? Was sollt ihr auch? Oh. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch sehr, sehr schön aus. Du hüppel zur Zwillingszauber. Ja, easy. War sogar Mist, Liesl, oder? Ja. 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 Ja, das Ding ist, die Kartenpackung habe ich. Aber ich gucke mal, wie weit ich komme. Beginnen wir mit dem Unterricht. Das war's. Finlay müsste hier irgendwo sein. Ich hörte hier schlummere ein gar wundersamer Schatz. Leider war es nur meine Wenigkeit. Die Wut ergreift Besitz von mir. Das war's. Die Wut. turtles, die Wut in den Hielen sind. Das war's. Die Wut. Die Wut hat mir Karten gepäckert. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das habt ihr nicht vorhergesehen. Seht! Ich kann nicht noch mehr Karten aufnehmen. Das habt ihr nicht vorhergesehen. Das habt ihr nicht vorhergesehen. Ich glaube, ich muss das ganze Board clearen, oder? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das habt ihr nicht vorhergesehen. 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 Was ist das? Das war's für heute. Auf zu neuem Abenteuer! Ich habe nicht genug Mana. 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 Dann kann er sicher gegen unsere neuen Gegner nützen. Okay. Okay. Das Schicksal der Welt liegt in unseren Händen. Rhino Jackson! Okay. 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 Oh. Okay. Oh. Oh. Ihr seid Medivh in nichts ähnlich. Echt nicht cool, ne? Echt nicht cool. Ah, der damage sich auch selber. Okay. Das macht die Lage natürlich ein bisschen besser. Er hat sich auch selber damaged. Oh. Dann wollen wir unseren Gästen einen gebührenden Verbreiter leisten. Erblickt die Instrumente der Schöpfung. 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 Ach komm. Das ist doch nicht wahr. Er tutet sich selber. Das ist natürlich super. Wie wäre es, wenn ihr mit der Schurkenliga übel trainiert? Oh, natürlich! Wer sind die nochmal? Ich weiß ja nicht, was als nächstes für ein Gegner kommt. Ich tendiere mal zu dem. Und der letzte. Liese gegen den dunklen Pharao Tekan. Sammelt meine Armeen. Beginnen wir mit dem Unterricht. Oh, Hallöchen! Du bist ja zuzuläupelt. Und dann bist du? Wie ist es sozuläupelt? Das ist ja zuzuläupelt. Und dann bin ich nicht. Und dann bist du dauerl. Ich möchte hier ein bisschen zuzuläupelt. Ich bin- Das bleibt abzuwarten. Fall auf den Nöffel! 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 Fall auf den Nöffel!